Herzlich Willkommen bei der OBT in Bern. Die OBT ist mit 11 Standorten in der Deutschschweiz und rund 350 Mitarbeitenden die 60 grösste Treuhandgesellschaft der Schweiz. Hier in Oberwangen bei Bern vereinen wir zwei Treuhandgesellschaften unter einem Dach mit rund 20 Mitarbeitenden. Einerseits die OBT und andererseits auch die Tochtergesellschaft FIGAS Treuhand, die spezialisiert ist auf das Autogewerbe. Die OBT hat hier in der Region Bern im vergangenen Jahr das 10-jährige Standortjubiläum feiern. Unser Fokus liegt auf dem Raum Bern-Mittelland und auch auf den Agglomerationen rund um die Hauptstadt. Und durch unsere Sprachkompetenz an diesem Standort hier in Oberwangen haben wir auch Vernetzung in die Romondi. Wir bieten Dienstleistungen im Bereich Treuhand- und Unternehmungsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuern und Rechte und Informatik. Jeder Kunde von uns hat einen persönlichen Ansprechpartner, der ihn umfassend beratet von der Gründung bis zur Nachfolgeregelung. Durch unsere Organisation können wir bei Bedarf, falls komplexe Fälle auftreten, auf interne Spezialisten zurückgreifen. Die OBT ist Mitglied vom Fachverband Expert Suisse. Hier am Standort in Bern sind wir vernetzt über die lokalen Wirtschaftsverbände und KMU-Organisationen. Zudem ist die OBT auch Mitglied vom internationalen Netzwerk Baker Chili International. Unser Team ist bereit, euch leidenschaftlich, unternehmerisch und verantwortungsvoll zu begleiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017